Also Songwriting hat für mich so ein bisschen was mit Reisen zu tun. Zumindest finde ich, kann man das gut vergleichen, weil ich für meinen Teil vorher nie weiß, worüber ich schreiben werde und wie es klingen soll. Also ich mache einfach, probiere aus und so ist es ja auch beim Reisen. Man geht einfach los und entdeckt neue Orte und trifft neue Menschen und weiß doch eigentlich nie, was einen erwartet. Und das finde ich genau das Spannende daran. Vor ein paar Jahren bin ich dann nach Australien gereist, so ganz allein mit einem Rucksack auf dem Rücken, für ein halbes Jahr weg. Ich bin zu Hause und das war irgendwie auch für mich so ein bisschen so eine große Überwindung, weil ich halt eigentlich nicht so der Typ bin, der jetzt alleine auf Reisen geht. Und irgendwie war das auch gleichzeitig so der Wendepunkt, an dem ich mich entschieden habe, mich mal tatsächlich als Musikerin zu probieren. Wie weit kann ich damit kommen? Wie gut kann es werden? Und solche Dinge, die weiß man ja vorher nicht. Und das war so der Moment, in dem ich mir das vorgenommen habe, zum ersten Mal. Als ich Giant geschrieben habe, dachte ich an einen Menschen, der mir sehr wichtig ist. Und ich wollte damit ausdrücken, wie ein Mensch für einen anderen ein Riese sein kann, weil er ihn trägt und die Welt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen lässt. Ich wollte, dass das Album weit klingt. Und dass die Sounds wie großartige Landschaften klingen. Und aber gleichzeitig die Stimme so nah und präsent wie möglich bleibt. Und ja, weil die Texte auch sehr persönlich sind. Und ja, weil die Texte auch sehr gut, ist.